Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum 49. Teil meiner GTA 5 Story. Ja, beim letzten Mal haben wir endlich erfahren, was bei dem großen Ding rausgekommen ist. 27 Millionen für jeden, insgesamt waren es 201.600.000 oder irgend sowas. Naja, wollten dann weitermachen eigentlich. Wir hatten ein dickes F bei Franklin, aber das war plötzlich weg. Also haben wir bei Trevor noch ein bisschen was an Nebenvisionen erfüllt, noch ein Randale dazwischen geschoben und hier mit der alten Fahrrad gefahren. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ja. Das halbe Leben im Stau gestanden, mein Freund. Das halbe Leben im Stau gestanden. So, hey, F ist wieder da. Cool. Ja, dann müssen wir da hin. Ja, ich habe immer noch keinen Bock da irgendwie zu versuchen auf diesen blöden Wolkenkratzer zu kommen. Ja, das wäre ja jetzt nur so ein Fallschirmsprung halt. Einmal kurz vorm Wolkenkratzer oder mehr ist es doch nicht. Gehe ich mal davon aus. Vielleicht kommen wir ja, äh... Wer weiß, vielleicht ist ja nachher auch wieder das Ref weg. Das hatten wir ja jetzt schon mal. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen verschnupft. Oh, scheiße. Ein bisschen verschnupft und ich habe mir eben gerade den Kopf gestoßen. Da habe ich den Spiegel weiß. Ja. So. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, ob ich neugierig bin. Platz da. Nicht, nicht berührt, nicht berührt, Freunde. Es geht, es geht, wenn wir will, ne? Ja. Oh, zu klaus. Ja, eigentlich könnte Trevor sich jetzt auch mal die Garage kaufen, die lange er sehnte. Aber da haben wir heute keine Zeit für. Ne, wenn der hätte das beim letzten Mal... Habe ich jetzt die Bullen am Arsch oder was? Ich habe doch gar keine Sterne mehr. Ne, 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 ne. War nicht wegen mir. Hey, ich bin begeistert hier. Nicht einmal angedotzt. Habt ihr das gesehen überhaupt? Das kriegt wieder keiner mit, gell? Ne, ja. Das ist wie auf der Arbeit, gell? Guck. Ja, wie auf der Arbeit, meinst du doch? Ja, ihr kennt das doch. Macht ihr was Gutes, fällt niemand auf, verstehst du? Aber wenn du einmal Scheiße baust, hast du direkt... Hä? Schreiben mal Stellungnahmen oder so, irgendwas. Ihr kennt das. Na klar. Natürlich. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Nicht erst abspeichern, sonst ist es nachher wieder weg. Da ist es, das F. So, und jetzt? Hallo? Oh, die Tür klingelt. Oh, die Tür klingelt so komisch. Hey, Slick, es ist mir! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolyte. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no. Not me. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call. Their careers, they are over. So you're going to A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours, and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... C. Man, you know what? Genau. Fuck you. Genau. Mach's gut, tschüss. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Hau ab jetzt. Video. Genau. Dir zu. Ja. Ja. Hm. Folgendes machen wir, Freunde. Wer sehen will, wie Trevor und Michael erledigt werden, die bleiben einfach hier. Und wer jetzt einen extremen Todeswunsch hat, also ich hätte ja jetzt einen, aber das stellen wir mal zurück. Spaß kommt zum Schluss. Der klickt jetzt hier unten. So, gut. Das wäre erledigt. Wir fangen mit Trevor an. Wir haben einen schweren Gang. Einen schweren Gang. Hätt's nicht irgendwie andere Alternativen enden gegeben, muss man dann hier unbedingt die Kumpels umbringen, mit denen wir monatelang, monatelang, hab ich jetzt hier gesessen. Und hab denen alle. Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know? Yeah, that conversation. That conversation. Oh, shit. Hm. Alright, okay. Look, man, the FIB dudes want them gone. And Devin Weston want you all gone. You know what it is, dog. Yeah. Shit. Somebody got to go. Well, it ain't fucking me. Exactly, man. Look, we mean, at a Borough Heights. So, you think you can help me? Ah, I don't know. That sounds like it's your thing, Frank. I'll see what I can do. So, der Michael müsste da normalerweise direkt die Hühner satteln und müsste sich auf den Weg machen nach, ähm, hier, bei denen da oben an den, an das, ähm, an die Villa da, weißt du, wisst ihr, wisst ihr? Ja, müsste ich normalerweise direkt da hin machen, müsste der Typ grad, ups, weg ist er. Nee. Ja, passiert, nee. So. Ja, das ist ein ganz schöner Ritt bis dahin, Freunde. Das ist ein ganz schöner Ritt. Mal gucken, dass man da einigermaßen jetzt hier, ähm, äh, 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 äh. Hier rein, hier rein, hier rein. Oh. Der hat mich zu viel Geschwindigkeit gekostet. Ja, war nicht optimal, gebe ich zu. So, hier rein. Juhu. So, und jetzt? Steffchen. Ja. Oh, oh. Passt. Passt. Oh, oh. Lass mich da. Hey. Wer hätte ja den Helikopter hier nehmen können, gell? Wäre nicht vergelt gewesen, wäre mir schneller. Aber hier, ich ziehe es jetzt so durch, komm. Ja. Oh, oh, oh. Dieses blöde Rindvieh, muss der denn jetzt die Straße... Klin und her, ihr wisst, was ich meine. So, hier vorne. Ach nee, wir müssen ja weiter, stimmt ja. Wir müssen ja gar nicht zum... Leicester, Leicester wohnt hier, ja genau. So. Oh, 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 lass mich mal hier vorbei. Ah, oh, sorry, 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 sorry. So, hier rein. Und direkt rechts. Gut dann. Boah, hier über diesen komischen Sandtier, der fliegst du ja nur, gell? Das ist ja... So, hier ist... Ah, da ist der Geldbumpel, okay. So, da wollen wir mal auf das Rindvieh warten. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, klar, es ist schon hier in Dama ein Arschloch, gell? Also, das ist schon ein Däbber-Typ, aber... Oh, fällt ja gar nicht auf, Franklin. So, kann man da viel aufsagen, ja. Ich meine, vielleicht, wenn das Rindvieh dreht, aber das, ich habe es nicht. Ich meine, das ist es, richtig? Ich meine, das ist es, richtig? Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Das lässt einfach keine Ruhe. Das ist ja auch unnötig jetzt, Franklin, komm. Oh, komm, babbel dich nicht müh jetzt. Das stimmt allerdings, gell? Kamme? Scheiße, ich habe ja... Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was ist denn da so schwer, sag mal? Ich meine... Scheiße! Das muss ja doch eh sein. Alle auch abdrücken, da muss ich das nicht machen. Ja! Ach, komm, wir geben Gas, ja! Der macht da vorne Haken, gell? Das ist ja unglaublich. Oh! Guck dir das doch mal! Scheiße! Wer muss denn hier einen Plumenkübel hinbauen? Haben die Sagen noch alle? Da vorne fährt er ab. Auf der Auffahrt! Verdammt! Oh, Platz! Platz da! Platz da! Oh, so you gonna run for me, huh? Ich frage mich, wieso der denn... Oh, 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 oh! Ich habe es gewusst, ich habe es gewusst! Hast du das gesehen, wie der da vorher reingezogen ist? Ich wollte mal ein bisschen wieder in der Geschwindigkeit mit dem Auto so umgehen. Guck doch mal, was der da vorne für Haken schlägt! Das ist ja wie ein Haas! Guck dir das... Oh, jetzt zieht der mir das Auto direkt vor die Fresse! Das gibt es doch gar nicht! Voll die nervöse Zuckung hat er da vorne! Oh, oh! Er ist mir voll vor die Fresse, gell? Oh, guck, hat er... Oh, oh, oh! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Neee, das habe ich natürlich nicht mehr geschafft! Ich... Nennt mein Arschloch, beim Wetter kommt er nicht mehr rein! Aber er ist neu, komm gerade weg, schau du! Platz da! Wo ist er denn hin? Äh, 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 äh... Achso, okay. Ich dachte gerade, er ist ja rechts von mir, was geht denn hier? Bleib stehen, du Renfie! Sobald du näher herankommst, dreht er am Ratsch, da gibt der da... Oh, guck, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was mir der jetzt hier abgebrochen ist? Oh, Telefon! Yo, where are you, man? I'm chasing tea through the oil field! Shit! Okay, I'm not far away! Try and stop him! Okay... Try and stop him! Woah! 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 Scheiße, 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 scheiße! Oh, da ungefähr der, da ungefähr der! Oh, was jetzt? Oh! Michael! I'm surrounded by them, you great motherfuckers! You want a piece of me? Fucking cook at me! You want to kill me? I think I'm fucking shocked! Ugh! Okay, und jetzt muss ich oder was? No, erledige Treffer. Ich will nicht! Komm, flieg in die Luft! Flieg in die Luft! Na, auf! Ah, scheiße! Aber normalerweise dürfte er da jetzt nicht mehr so rumspringen. Ich hab dem in den Kopf geschossen. Also... Dürft's ihn eigentlich nicht mehr... Dürft's ihn eigentlich nicht mehr interessieren, ob das Ding jetzt brennt oder nicht. Ich hab immer wie Gasoline, Trevor! Man, das war dein bester fucking Freak! Ja, voll, super! Und du hast eine Chance! Fuck you! Nee, ich hab eine Chance, ja. Ja. Oh, oh, oh! You know what, tough guy? It's... It's time you grow the fuck up. Oh, oh, oh. I admit, I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit... No boundaries. No sense of when to back off. No nothing! 24-7, insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Oh, fuck him. Ha, jetzt mal durchatmen, Freunde. You know, a point where even assholes like us say, enough is he fucking enough! Das hat er schon mal gesagt, gell? Ja, damals beim Chefko... Ja, ja. That's my limit. I know that now. Okay. Na ja. Da ist er weg. Aber da fehlt doch jetzt auch immer ein bisschen was, oder nicht? I guess that's that, then. Ja. Das war's dann. It is what it is. Jetzt seid ihr nur noch ein langweiliger Haufen. Kein... Daschgeknallt, der langweiliger Haufen. Hm? Na ja. Herr Gott. Das stimmt allerdings. Hm. Überleben. Damn straight. Damn straight. Ja. Ja. Ist das jetzt, äh, das Favorite hier? Hm? Freunde? Ist das jetzt das Favorite? Ich weiß es nicht. Also... Ganz ehrlich. Manchmal... Manchmal wünscht man sich, dass man eine Sache, die man in einer Sekunde gemacht hat, quasi nicht... gemacht hätte. Wenn man doch... die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ja? Manchmal wär's schön. Ja. Schauen wir mal. Hups. Was ist mit mir? Irgendwas war jetzt. Hey Slick, it's me! Ich weiß nicht mehr, was los war. What the fuck do you want? You got my money pump? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolyte. Damn, it's kind of warm. Isn't it? Yeah, but... Die knick dir raus. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Aber ganz ehrlich, Jungs. Na. Legen wir mal die Maske ab. Oh, yeah! Maufke! Maufke! Ja. Yeah, but that's my boy. Ich würd nämlich gerade mal sagen, das Ganze haben wir schon mal. Weiß er, das müssen wir jetzt nochmal in sein Geschwafel hier. Ähm... Wir kommen, würd mal sagen, zum nächsten... ...zum nächsten ekelhaften Sache. Also, ich könnt mir gut vorstellen, dass er noch ekelhafter wird. Ja, man fuck you. Genau. So. Also, entweder das Gleiche wie eben auch. Wir bleiben dabei und erledigen Michael oder vielleicht habt ihr jetzt einen Todeswunsch. Also, wer es mental nicht durchhält, der kann da auch jetzt abschalten und kann sagen, hey, ich guck mir das doch lieber an, was letztendlich meine Bedürfnisse befriedigt, auch ein Stück weit. Hey, kid, how you doing? Oh, hör doch auf. Shit, not too good, dawg. Look, man, we need to talk, but somewhere quiet. Du musst mir einfach freundlich sein. Listen, let's take a drive out of town. You and me will meet off Route 68 by that field of satellite dishes. All the way out there? Yeah, alright, man. Sure. Tja. Hatte ich eigentlich schon mal gesagt, dass das ja ein saugeiles Panorama ist? Hm? Hatte ich das schon mal? Ich hätte schon mal gesagt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Frankie! Hey, Frankie! T-Man! I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. Got to? Yeah, man, look. The FIB, man, they trying to give me the clap you. And Devin Weston, he trying to give me the ice Michael. And I thought if I, if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what are you telling me this for? Cause, dawg, I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough Traders in my life. Man, your ass could say thank you? Shit! You deserve each other! Jungs, da können ja sagen, was ihr wollt, gell. Aber der Loyalste in der ganzen Truppe ist der Trevor. Das ist der Trevor. Da geht nix. Wenn du den als Kumpel hast, egal, da kann die ganze Welt kommen, Freunde. Da kann die ganze Welt kommen. So, egal, hier ist schwerer Gang. Wir müssen nach oben. Dann würde ich sagen, machen wir das. Yeah. Oh, Mann, 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 Mann. Hier, Abkürzung. Komm. Juhu. Ich sehe doch die Straße da übe schon. Oh, scheiße, da geht es ja nochmal runter. Oh, 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 oh. Das ist kein guter Start hier. Nee, nee, nee. Kein gutes Zeichen. Ich muss da oben rum. Ich dachte, es geht hier gerade. Es sah so aus, als wäre das irgendwie. Egal, Freunde. Egal, egal. Ich bin auch ein bisschen mitgenommen jetzt, muss ich echt sagen. Also, ich weiß nicht, das ist nicht schön. Jetzt ist Trevor gestorben. Und selbst wenn wir das jetzt durchziehen, dann hält Trevor uns für einen Arschloch, ne? Der irgendwie in irgendeiner Weise einen hier um die Ecke gebracht hat. Einen guten Kumpel, ne? Einen guten Kumpel, äh, das ist letztendlich. Auf und aus hier. Oh. Ich muss hier rein. Lass mich mal durchschieben. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ähm, ne, ich nehme hier die andere Auffahrt. Ja, ja. Ne, das geht eigentlich ganz gut hier rundherum. Doch, doch. Wir müssen hier vorne aufpassen, irgendwo. Oh, ich wollte gerade sagen, irgendwo was. Extrem, oh. Lass mich mal durch hier. Jo, ja, da müssen wir lang. So, und jetzt geht's. Ja, ist ewig lang, ewig lang hier entlang jetzt. Kein Grad. Ich weiß nicht, warum, warum muss man das so weit weg machen. Keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen abgelegen ist, ne. Weil es ist ja immerhin ein Mod. Ja. Mod. Ja, der Rest war notwert. Ja, oder was? Hä? Doch, schon, oder? So, die Story lang jetzt hier war doch eigentlich notwert. Alles. Meist, meistens. Meist, meistens. So, ich glaube, hier vorne müssen wir ab, hier. Ja. Hier muss ich ab. Boah, boah. Hier, du Idiot. Musste. Der sieht, dass ich ab bin, gewinnt, gell. Und dann bin der auch am Weg. Ach ne, dann fahre ich auch ab. Hier, Mädels. Macht doch mal Platz jetzt hier. Mann, Mann, Mann. Herr Michael, warte auf mich. Oh je, oh je, oh je. Ich will nicht. Nee, ich will nicht. Warte mal. Ah ne, warte mal. Hier müssen wir rein. Stopp, 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 stopp. So, das ist da vorne. Ähm. Ähm. Soll ich hier rüberfahren? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Au. Scheiße, was haben sie denn da für Kant eingebaut? So, hier vorne, komm. Genau, es geht doch auch einfach. Müssen wir nicht, man muss nicht alles querfällt einmachen. Nein, nein, muss man nicht. So. Hey, Mann. Hey, was ist das? Man, das war klar, das war klar. Oh, shit, hold on. Hey, Baby, what's up? Oh, Mann. Really? Tracy? College? Our Tracy? Das war klar. Das war klar. Real College? Muss das Ganze natürlich das Kindesleben jetzt noch ein bisschen... ...zucker süßer machen, dass es noch ein bisschen derber wird. Well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Oh, yeah, I just got to wrap up some business here. All right, bye. Amanda. And, uh, says she wants to be bringing you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. I got my kids back, my wife, and a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. Es wird immer noch ein bisschen hochgetrieben, gell? Wenn man so ein Stückchen... I like you, dawg, and you know this. I risked everything for your ass, dawg. What is this? Look, man. Me and you know, this shit ain't over, dawg. We both realize. The fuck is this? You... You? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Scheiße, jetzt haut er auch ab. Wunke, der hat aber ja schnell jetzt, so, die von null auf hundert in... ...in 0,5 Sekunden. So, dann ist er weg. Jetzt bleib stehen, Mann. Oh, nee, oder? Train track? Come on! Genau, come on. You see the train, asshole? Shit, I ain't getting past there. Ah! Nee, 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 nee. Das ist... Ich wollte gerade sagen, da ist doch eine Brücke. Da war ich nicht vorbei. So, hier. Da ist er reingefahren. Ups. Da war... Scheiße. Ja, Aufnahmen sind auch für die Katz. Geht nix hier, Freunde. Geht nix. Schade eigentlich. Wo ist er denn? Ich glaube, läuft er. Hey, Mann. Wo gehst du? So. Komm ich jetzt von hier oder muss ich da auch hoch? I don't like doing this, Mann. Scheiße. Ich geh auch hier hinten hoch. Na ja, komm wir da vorne nicht mehr hoch und dann steh' mir da. Äh, dann müssen wir den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen. Ich mag das sowieso. Ich meine, hier ein Trepp und da wieder ein Laufsteg und dann hier wieder ein Trepp und dann da wieder... It's me and you. No use to runnin', man. Come out. We're finished this. Wo läuft der? Franklin! You were like a son to me. We both used each other. That's what happened. Oh shit. Ah shit. So. Hier hoch. We're in the corner, bro. This will get me out. Wo ist er denn jetzt? Da vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoch und... Wo? Man, this ain't personal. Hier vorne. Hm, nee, der ist... Hä? I know you understand this. I know it. Da ist er. You're going up there, huh? Michael, man. I gotta look out for myself. Oh, irgendwo steht da, ne? Hier vorne, hier vorne, hier vorne. I will switch it up for you. Wo ist er denn? Dude, that ain't true. Wo ist er denn? Das gibt's doch nicht. Hä? Der war doch, der rote Punkt war direkt vor mir jetzt. Direkt vor mir. Oh, 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 oh. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wo ist er denn? Da oben. So, jetzt klettert er da den Turm hoch. Okay, dann muss ich doch hier rüber, oder? Ich dachte über das, Mann. Das ist der einzige Weg. Ich mag dich, Mann. Das ist das, was das macht. Das gibt's doch gar nicht. Wengeln, halt du mal jetzt die Klappe. Das gibt's ja gar nicht. Der ist ja auch nur... Ja, das muss hier enden. Ich muss erst mal wissen, wo es lang geht. Muss ich doch hier hoch, oder was? Das kann doch gar nicht sein, hier vorne kann ich... Mann, 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 Mann! Wo geht's denn? Da ist ne Leiter. Auf der anderen Seite ist ne Leiter. Jetzt noch mal eine. Scheiße. Hier, ha? Hier, 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 hier geht's auch. Ich hab's gefunden, Freunde. So, jetzt hier, ne? Hier? Hier hoch? Oh ja, wir haben's geschafft. Jo, ich hab's gefunden. So, wo bist du? Kleine Schmutz. Komm, meld dich! Ja. Ja. Du wirst hier sterben, ihr Brick! Ich kann dir das promiseen! Fuck you, Franklin! Fuck you! Oh doch, jetzt ist er weggelaufen. Hier oben drauf hat er gestanden, okay? Boah, auf der Lachd. Die hätte sich hier alle schon dreimal umgebracht, wenn die nicht so viel babbeln würde, gell? Das ist sowieso alles rational überhaupt nicht zu erklären, ne? Ja, Michael, wo ist er denn? Rechts oder links? Oh, 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 oh! Ah! Ah! You, man! I was your bitch! I could even stand down the barrel of your gun any fucking day, you motherfucker! Ah! You just keep telling yourself that! It ain't gonna make you feel any better! Past performance, homie. People don't fucking change. You did! You did! Two-bit gangster, gone three-bit. And now you're gonna... Cap the only one who was ever decent to you! Ha! No, I trusted you. I took you in. Treated you like family. Ha! Ah! 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 Michael! Let's just... Fuck you! Hey! You told me when the time came! Drücke Maustaste, um Michael fallen zu lassen. Drücke... Space, um Michael zu retten. I should have clipped you when you broke into my house! Man, I'm sorry! It's like you said, I understand! You don't understand nothing! Nee, geht nicht. Ich kann den nicht fallen lassen. Komm, hoch jetzt auf! Komm! Auf! Das geht nicht gut, Freunde. Oh, scheiße! Ah! 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 Scheiße! Da liegt er jetzt da unten und die Tracy wollte aufs College gehen, gell? Ehrlich? Und die Jimmy wollte aufhören mit dem Gras rauchen. Und die Frau, die wollte mit dem Yoga aufhören. Ich dachte, das ist definitiv nicht mein Favorit. Ich war gerade aufhören, um zu sehen, wie du warst, Mann. Oder vielleicht können wir zusammenhängen oder so. Und ich weiß, dass ich mich aufhören bin, Mann. Aber das ist echt verrückt, Mann. Aber das ist jetzt mitbekommen. Fuck, Mann. Du weißt, wie es ist, Mann. Du wirst einfach rufen und schlafen. Und dann, wenn du plötzlich deine Läge gebt. Und du wirst nicht mehr rufen. Ich bin noch mehr. Anyway, Mann. Mann, just hit me, dawg. We're brothers, homie. All right? Jetzt stehst du da. Stehst du? We are brothers, homie. Ja, super, toll. Der einzige, der dir übrig bleibt, ist der Lamar. Nix gegen Lamar. Freundschaft und so weiter und so fort. Hier, Bro. Gar keine Frage. Der ist schon, der ist schon, äh, treu. Treu ist er, treu. Manchmal auch treu doof. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was bleibt denn da noch? Der Trevor. Die Tynisha. Die Tynisha ist mit dem Arzt unterwegs. Verstehe ich? Also, ich habe gar ganz klar ein anderes Favorite, Freunde. Ein ganz anderes Favorite. Und das, ähm, ja. Das gucken wir uns in der... Lasst es euch auf der Zunge zergehen. In der 50. Folge an. Ja. Das finale Ende. Das absolute... Ne? Bumm. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Freunde, es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Und es würde mich extrem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei werdet. Äh, beziehungsweise, ähm, ihr könnt es sofort gucken, denn es ist ja schon hochgeladen. Die sind alle auf einmal hochgeladen. Ähm, ja. Bis gleich. Macht's gut.